Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. In der letzten Folge haben wir hier erfolgreich den Gorgo besiegt und ja, haben das jetzt schon mal erledigt. Ich würde sagen, wir schauen dann mal zurück nach Rania Rode und gucken, was es da so Neues gibt. Genau, Wendy, Sie Scherwald, auf zum Nest. Hier haben wir noch was. Verabschiede dich vom Paila. Okay, hier müssen wir noch mal mit ihr sprechen. Diese Name wird mich den Rest meiner Tage an euch erinnern. Die haben immer so übelst lange Pausen zwischen den Sätzen. Ohne deine Hilfe hätte ich die Gorgo nicht bezwingen können. Dankeschön. Ich sollte jetzt besser zurückgehen und Billy helfen. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder. Ja, das war es hier an dieser Stelle. Dann gucken wir noch mal. Ja, hier haben wir jetzt nichts weiter auf. Also können wir, glaube ich, nach Rania Rode zurück. Und schauen wir in der Abenteurer-Gilde vorbei. Dann haben wir jetzt die nördlichen drei Gebiete soweit geklärt und müssen mal gucken, genau, dass wir jetzt ins neue Gebiet gehen, wo wir das freigeschaltet haben. Wir mussten ja erstmal im Rang der Abenteurer-Gilde aufsteigen, bevor wir überhaupt Zugang bekommen. Das haben wir jetzt alles hinter uns. Und auch hier wollen wir natürlich nichts auslassen. Deswegen haben wir jetzt den Gorgo nochmal besiegt in der letzten Folge. So, wir schauen mal, was es hier Neues gibt. Können wir hier schon mit der sprechen? Ja, wir können ein Instrument spielen, Melodie des Herzens. Sehr schön. Und Freude haben wir leider noch nicht erhalten. Aber hier noch Geschenke, wir haben ein paar. Ja, die können wir ruhig mal aufwenden, dann würde ich sagen. Einmal abliefern. Auch das können wir einmal abliefern. So, über die Abenteurer-Gilde. Die Abenteurer-Gilde wurde gegründet, um Nordwyrne zu beschützen. Mit der Genehmigung von Königin Elaine erhalten alle Abenteurer in der Region Unterstützung von der Gilde. Okay. So, was haben wir hier noch? Weilwasser haben wir einmal. Können wir auch abgeben. Oder würde ich sagen, die restlichen können wir auch nochmal alle abgeben. Dann steigen wir nochmal im Rang auf. Sehr schön. Und wir bekommen ja antike Goldmünzen. Damit vergrößern wir dann wieder ein bisschen. Oh Gott, was ist denn hier los? Hat Lost Ark ein Bot-Problem? Ich glaube nicht. Alter Falter. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Hier die antiken Goldmünzen können wir einmal zwölf benutzen. Hier haben wir eine bessere Rüstung bekommen. Hier haben wir noch eine bessere Kette. Hier können wir nach Huhn vielleicht nochmal öffnen. Jetzt haben wir hier noch ein normales Kartenpaket. Ja, wir müssen jetzt unser Inventar mal ein bisschen aufruhen gerade. Okay. Das ist schon echt heftig hier mit den Bots. So, der kann in die Kiste das auch. So, und hier den Rest zerlegen wir jetzt einfach wieder. Damit wir dann auch hier wieder ein bisschen Platz haben. So, genau. Mehr können wir, glaube ich, nicht zerlegen. Ist ja auch schon genug. So, dann haben wir hier noch die vier. Die können wir auch nochmal öffnen. Mal schauen, was da für Karten so rauskommen. Ein paar, die wir auch noch nicht haben. Immer sehr gut an Kader gebunden. Hier kriegen wir eine Fertigkeitsrune. Das müssen wir auch nochmal gucken, wie sich das nachher verhält. Hier eine Treasure Map. Wo liegt denn das? Kann ich euch nicht sagen. Könnte das sein. Keine Ahnung. Lassen wir das mal im Inventar. Ein super Heiltrank. Den packen wir auch mit nach oben. Und hier die packen wir auch nochmal in die Kiste irgendwann. Unser vielversprechendstes Mitglied, das im vernesischen Wald die Dämonenbestie besiegte. Ja, das waren wir. Gut, gut. Sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, dass du anfangs nicht sonderlich zuverlässig wirktest. Aber du und der Kerl in der Blechdose, ihr zwei schlagt euch besser als ich dachte. Gute Arbeit. Nur weiter so. So, und auch mit dem schnacken wir nochmal. Vielleicht können wir hier nochmal ein Instrument spielen oder zumindest ein Emote. Applaudieren können wir. Damit steigen wir dann hier zumindest mal in die Stufe 2 auf. Tada. Und mehr können wir leider hier auch gerade nicht machen. So, das ist unser Kartenkatalog. Was haben wir hier noch? Titel haben wir neu bekommen. Rächer. Hier sind die Beziehungen. Genau, da können wir nochmal eine Belohnung abholen. Es war nochmal drei dieser Münzen. Ansonsten war es das hier, glaube ich. Und Sammlerstücke. Mal gucken. Ja. Okay. Ich glaube, dann können wir tatsächlich los. Du schuldest mir Geld. Ja, ja. Schuldet ihr gar nichts. Balancar-Gebärge. Der wiederauferstandene Nekromand Sigmund wurde zuletzt auf dem Weg zum Balancar-Gebärge gesehen. Okay. So, verzweifelnde Abenteurer. Das ist verrückt. Ich werde dieses Gebirge verlassen. Du sollst dich auch abwenden, bevor du noch selbst ein Monster wirst. Wie schrecklich. Auf Seiten der Gilde sieht es auch nicht besser aus. Einer ihrer Schreiber wurde entführt. Ich denke, wir sollten uns aufteilen. Ich suche nach Sigmund und du hilfst bitte der Abenteuer-Gilde. Okay, dann mal los. Finde heraus, wo die Schreiberin gefangen gehalten wird. Ah, können wir hier vorne vielleicht nochmal gleich vorbeischauen. So, das lohnt sich immer mal die Gegner mitzunehmen. Und wir haben auch einen Eintrag bekommen. So, wo die Schreiberin festgehalten wird. Jetzt müsste ich hier nur sein. Ja, kommt ruhig mal alle mit hier. So, hier geht es weiter. Da ist die Gildenschreiberin. Die Nekromanten verwandeln die Toten in hirnlose Monster. Aber mir geht es gut. Die Nekromanten führen eine Art Ritual. Durch dem sollten wir ein Ende bereiten. Ich werde hier schon irgendwie entkommen. Bitte geh und halte die Nekromanten auf. Ja, dann gehen wir mal hier runter. So, lies die blutbefleckten Anordnungen. Denk dran, Sam. Das Opfer muss rein und lebendig sein. Kein dreckiges, schlaffes Fleisch, wie du es hier anschleppst. Okay. So, zerstöre den Obelisken der Toten. Du ungeschickter Rollin. Du solltest ein Opfer bringen. Nicht an den Haufen Leichen. Wie oft willst du mich noch enttäuschen? Skrama. Auf dich kann ich mich noch verlassen. Es ist spät. Aber wir können das Ritual am östlichen Amt des Gebirges noch abschließen. Sei gewarnt. Sollte das Ritual fehlschlagen, würden sich die Kreatur des Meisters an unser Fleisch und Knochen blaben. So, bist du fertig, Kollege? Dann können wir ja weitergehen. Ja, das haben wir geschafft. Dank dir konnte ich vor Ihnen fliehen. Vielen Dank. Nichts zu danken. Viele von uns haben sich mit aller Macht gegen die Nekromanten gestellt. Aber als die Festung Tyrant fiel, fielen wir mit ihr. Die Gilde verfügte nicht über genügend Leute, um den Angriff in den Kommanden abzuwehren. Viele haben ihr Leben gelassen. Oh, die Überlebenden befinden sich beim Wohnsitz des Sternwächters. Geht zu ihnen. Ja, dann warten wir mal hier auf die Plattform, dass sie zurückkommt. Da sollen wir nämlich hin. Da finden wir dann auch den Triporter. Hier oben ist noch einer. Und hier oben die alte Elveria. Da wartet wohl noch mal wieder eine Instanz auf uns. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Silber. Und ein paar Gegenstände, die wir nicht brauchen. Ja, Kampfgegenstände, da können wir uns auch mit totschmeißen. Haben wir bisher noch nicht gebraucht. Sind wir ganz gut so durch die Gegend gekommen. Aber vielleicht wird das nachher im Endgame mal interessant. Könnte sein. Ich rate dir noch, am Leben zu sein, Rana. Auf meiner Suche nach Sigmund habe ich Neuigkeiten über seine Festung gehört. Erst einmal behandle ich die Verletzten und befrage sie zu dem Verbleib von Sigmund. Könntest du dabei helfen? Vielleicht weiß jemand, wo er sich aufhält. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. So einmal den Triporter aktivieren. Sehr schön. Ach, du meinst diesen furchtbaren Nekromanten. Genau den. Wir haben auch keine Ahnung, wo er ist. Wir waren zu sehr mit dem Rückzug beschäftigt. Vielleicht weiß Siriel, wo er hin ist. Aber macht ihr nicht allzu große Hoffnungen. Der Leuchtturm ist zusammen mit der Festung in die Hände des Gegners gefallen. Doch Siriel ist schon seit langer Zeit der Sternwächter. Vielleicht hat er ja ein paar gute Ideen. Oh. Der Leuchtturm befindet sich oben auf der Festung Tyron. Doch selbst wenn du die Festung infiltrierst und den Leuchtturm erreichst, brauchst du einen Wärter, um sein Licht zu verwenden. Da ich der einzige Sternwächter dieses Dorfes bin, kann ich meinen Posten nicht unbesetzt lassen. Aber in der Festung lebte noch eine andere Sternwächterin Lams Lucian. Bitte rette sie. Sie weiß, wie man das Licht des Leuchtturms verwenden muss, um den Nekromanten aufzuspüren. Okay. Mithilfe des Leuchtturms können wir Sigmund aufspüren. Bitte begib dich zum Leuchtturm. Ich werde die übrigen Soldaten im Dorf zusammentrommeln und mit ihnen gegen die Festung ziehen. Okay. So, und auch hier ist die Plattform zum Glück gerade da. Und ja, immer mehr Bots hier unterwegs. Mal melden hier. So, bringt überhaupt nichts. Ich habe das am Anfang schon mal des Öfteren gemacht, aber gegen diese Wut kommt man einfach nicht an hier. Sie ist am Leben. Welche Erleichterung. Bitte finde Lucian und entzünde mit ihrer Hilfe den Leuchtturm. So, verwendbare Pfeilspitzen sollen wir hier sammeln. Und unbeaufsichtigtes Essen. Das sammeln wir alles gesammelt. So, eine Pfeilspitze bräuchten wir noch. Die haben wir hier. So, sprich mit Burgwächter Redford, genau. Gut, da muss hier irgendwo sein. Oder nee, gar nicht wahr. Besiege die übrigen Monster im Dorf. Heißt es. Okay, drei brauchen wir noch. So, und den hier nehmen wir noch mit. Kriegen wir vielleicht nochmal so einen Eintrag oder was. So, dann geht es hier weiter und dahinten steht Redford. Bisschen Zeit haben wir noch für die Quest. So, wie aufmerksam von dir, dass du daran gedacht hast, nach solchen Dingen inmitten des ganzen Chaos Ausschuss zu halten. Du bist dich wie das meiste Pakt, das sich Abenteurer nennt. Ich würde später gerne mal mit ihr reden. Ist Verstärkung auf dem Weg? Ist Verstärkung auf dem Weg? Nicht genau, den Göttern sei Dank. Ich dachte, es wäre schon aus mit mir. Sternwächterin Lucienne? Oh, sie ist dort drüben. Der Festungsanführer Kleid ist da vergestorben. Doch seine letzte Entscheidung war nicht weise. Er hat einen unserer Schätze inmitten des feindlichen Gebiets gelassen, wo ihn jeder hätte nehmen können. Die Heilskette der Königin, die schon seit Generationen von einem Anführer zum nächsten weitergegeben wurde, ist zusammen mit seiner Seele in feindliche Hände gefallen. Wir müssen sie zurückholen, bevor wir die Festung wieder verlassen. Bitte befreie die Seele des Anführers und bringe die Heilskette zu Sternwächterin Lucienne. Aber sicher doch. Brauchst du das Licht des Leuchtturms? Richtig, deswegen sind wir hier. Verstehe, du willst den Nekromanten finden. Um den Leuchtturm wieder zu aktivieren, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Zuerst müssen wir den Fluss der Magie in die Festung regulieren. Die Seelenresonanzsteine der Nekromanten stürzen die Umgebung ins Chaos. Wir müssen sie zerstören und die Energiequelle des Leuchtturms stabilisieren, um ihn wieder in Betrieb zu setzen. Ich steige den Leuchtturm hoch und treffe die nötigen Vorbereitungen. Sobald du fertig bist, komm mit den Ruhenschlusssteinen rauf auf den Leuchtturm. Okay, dann lass uns mal schauen. Da sollen wir jetzt hin. Ja, würde ich glaube ich hier oben lang laufen. Gehen wir hier runter. So regulieren den Fluss, dann sollen wir hier einmal hin. Okay, und hier wandelnde Leichen und Seelenresonanzsteine sammeln. Beziehungsweise zerstören. Das werden wir sein. Dann sehen wir gleich mal. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. ok den müssen wir schon gar nicht mehr zerstören hier darunter müssen wir die halskette einmal beschaffen ok die kette haben wir und hier sind die restlichen die wir kontrollieren sollen diese energiequellen hier gerade nicht genommen hier so weil ich angegriffen wurde so erreichen wir alle ganz oben auf der festung ja also sollen wir einmal zurück sehr schön diese halskette muss ihrer majestät sehr wichtig sein jedes mal wenn sie zu besuch auf der festung war wollte sie sie sehen ich bin froh dass wir sie wieder haben es vertreibt die nekromanten energie die stärkste macht wo konzentriert sich die nekromanten energie am stärksten ich glaube ich weiß wohin der nekromant verschwunden ist ins alte elveria das ist ein heiliger ort für sylvaner von wyrn oh nein hat er es auf den magischen kern abgesehen wir müssen ihn aufhalten ja also auf zur instanz liebe leute da sollen wir dann vermutlich hin ich würde sagen das machen wir dann aber in der nächsten folge ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet zu lost ark also bis dahin liebe leute bis dahin liebe leute